Hallo liebe Leute und willkommen zu diesem kleinen Ankündigungsvideo. Es geht nämlich um ein LW3-Turnier, was ich veranstalten will. Und ich hoffe, ihr freut euch schon mal drauf. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr euch darauf freut oder wenn nicht, dann schreibt einfach. Ich freue mich nicht darauf. Jedenfalls mache ich dann auch für euch später noch weitere Turniere. Aber erstmal wollte ich dieses kleine LW3-Turnier veranstalten. Also es sieht so aus. Wir machen 1 gegen 1 in private. Diese, äh, der Gewinner kommt dann jeweils für weiter und dann die beiden werden mir dann ihre... Wie heißt, äh, ja, ihre Online, äh... Also erstmal aufnehmen, Kinomodus, nicht vergessen. Dann gucke ich mir das an, kommentiere erst dabei, was die gerade machen. Ich werde keine Themen ansprechen oder, ja, was so gerade passiert ist, so... Ah Gott, und die Welt, bla bla bla. Das kommt nicht, ich konzentriere mich aufs Geschehen, was da passiert ist, zum Beispiel, äh... Oh mein Gott, er kämpft da, Noob, äh, Picker, äh... Oh, ah, Picker, genau. Und was ist das? Was ist das für ein Name? Picker? Boah. Naja, auch egal, ihr wisst schon, was ich meine und so. Also, es geht da nämlich noch um die, äh, Waffen. Ihr fragt euch bestimmt, welche Waffen benutzen wir. Ist das festgelegt oder nicht? Nein, also, wir machen das so. Jede Waffe darf man benutzen, egal welche, alle Perks und alles. Bis auf eine Sache. Verboten ist die FNG9 Akimbo. Akimbo, nein, äh, die komplette FNG9. Kack, gar nichts, äh, FNG9 Akimbo mit Griff, keine Ahnung, was auch immer, dass es da noch gibt, Schalldämpfer und was nie alles. Die Akimbo ist weg. Wenn ich jemand mit Akimbo sehe oder einfach nur höre, dass der die benutzt in dem Turnier, äh, der wird disqualifiziert und weggekickt. Jedenfalls mein, ihr, äh, könnt mich ins Steam enden, nur weil sonst würde das ja alles ein bisschen dumm sein. Ne, sonst könnt ihr ja gar nicht nachgucken. Äh, Link in der Beschreibung von meinem Steam-Profil oder ich werde es einfach nochmal, ja, hier auf dem Bildchen verlinken. Ah, guck mal, da bin ich gerade, guck mal, hab ich mich schon geschaltet da oben. Äh, okay, ich sehe das gerade gar nicht. Das würde ich den Desktop aufnehmen. Naja, jedenfalls, äh, ihr könnt ihr die, wie gesagt, ich weiß gerade nicht, ob ich das gesagt habe, schreibt in die Kommentare, ach, nein, äh, ihr schreibt in die Kommentare, ob ihr mitmacht oder nicht. Also, ich werde in der laufenden Zeit noch weitere Turniere veranstalten, aber wie gesagt, ja, erst mal ist dieses kleine, bescheidene LW3-Turnier hier am Werk, am Ball. Und mit dabei sind schon, die hier werden auch nochmal verlinkt sein, Gerd Gieter, Tim 1000, ein guter Freund von mir. Und dann noch, äh, Moritz Zockt, auch noch ein weiterer Freund. Und Simon Zockt ist auch noch dabei, auch ein guter Freund. Also, hier sind die nochmal mit ihren drei Bildern hier verlinkt. Und, äh, ich weiß nicht, ob wer noch mitmachen wird. Ich, äh, knüpfe einfach noch ein paar Kontakte, äh, schreibe noch welche an. Zum Beispiel, äh, könnte ich ja mal, ach, ich weiß, ich weiß gerade nicht, äh, wie gesagt, ne, also, äh, ihr könnt euch, äh, ihr könnt das eure Oma erzählen, ob die mitmacht, fragen, euer Baby oder was auch immer, äh, Kleinbruder, Onkel, Opa, Tante, äh, Mutter, Vater. Ihr könnt alle fragen, Kollegen könnt ihr fragen, ob die mitmacht, vielleicht bekommen, einfach mal mitzuzocken. Falls die LW3 haben, ne, aber nur, wenn die LW3 haben, ne, würde ich sagen, äh, danke fürs Zugucken zu dem kleinen Ankündigungsvideo. Der Rest wird dann, äh, später klärt. Ach ja, noch eine Sache. Das Turnier findet am nächsten Wochenende statt. Also, das wäre dann der, äh, Samstag der, äh, 13. glaube ich. Nein, äh, stimmt gar nicht. Das wäre ja der, äh, 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 ja, doch 13. ich weiß es gerade nicht. Ich hau einfach noch mal ein paar Infovideos raus, die, was denn in der Woche der nächste stehen wird. Und dann würde ich einfach mal sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei irgendwas beim Infovideo, beim Let's Play oder sonstiges. Man weiß es nicht. Ja, tschüss.